Hallo. Im heutigen Video geht es um Schulterschmerzen oder Schulterbeschwerden im Bodybuilding. In dem Video will ich jetzt noch gar nicht über Verletzungen sprechen, die direkt auf die Schulter drauf einwirken, sondern einfach diese ganz klassischen Überlastungsprobleme, die jeder immer wieder spürt bei seinem Training in der Schulter, in Ellenbogen, schmerzende Gelenke oder sich nicht traut schwer zu heben, in diesem Bereich. Darum soll es gehen drohen. Am Anfang ist kurz eine Erklärung, dann zeige ich die ganzen Sachen auf. Was verkehrt gemacht werden kann und zum Schluss ein paar Übungen, die man dagegen angehen kann bei der Sache. Eines der häufigsten Ursachen an den Schulterbeschwerden sind immer wieder die Sehnen. Die Schulter besteht aus einer Rotatorenmanschette und die besteht hauptsächlich aus Sehnen. Und die zwei Hauptsehnen, die für mich diese Ursache ausmachen, sind nicht die Sehnen, die am häufigsten verletzt sind. Wie hier immer wieder die Supraspinatussehne oder die Infraspinatussehne, die dann immer wieder als Entzündungsfaktoren angegeben werden. Für mich ist der Hauptfaktor der Sache, ist hier einmal die Bizepssehne und einmal die Trizepssehne. Weil das die zwei Sehnen sind, die hier oben die Schulter fixieren. Die Bizepssehne mit ihren zwei Köpfen und der Trizeps mit seinen drei Köpfen auf der Rückseite bei der Sache. Und hier hat sich eine Läsion als hauptsächliche Läsion herausgestellt, wo ich immer wieder merke, wo Patienten kommen oder wo ganz viele Sportler drüber klagen. Das ist die sogenannte Pulli-Läsion. Eine Pulli-Läsion ist, dass die Bizepssehne in ihrem Verlauf hier drin entzündet. Manchmal springt sie aus der Fuge raus in dem Sulcus Bicepitalis, in der die hier entlangläuft. Moment, da kann ich euch etwas zeigen. Einfach, dass die hier entlangläuft, die Sehne in dem Bereich und dann kommt die auf eine Drehung, eine Rotation aus diesem Sulcus raus. Und das verursacht ganz häufig Schmerzen vorne im Schulterbereich, oben in der Schulter. Man kann nicht in die Jacke reinschlupfen, man traut sich nicht mehr Nacken ziehen zu machen, man kann weder noch Nacken drücken. Die ganzen Druckübungen sind schmerzhaft und unschmerzen. Das kann einmal durch ein direktes Trauma ausgelöst sein, darum soll es heute nicht gehen. Heute geht es darum, was für Fehler im Krafttraining gemacht werden. Und eins der häufigsten Fehler ist halt einfach, dass viel der Bizeps und der Trizeps die Ellenbogenmuskulatur, die den ganzen Ellenbogen stark einschränken. Wir kennen alle diese klassische Bodybuilderhaltung, wie der Ellenbogen leicht angebeugt ist in der Position, wo die Arme schlecht zu strecken sind, wo einfach eine erhöhte Spannung ist. Und diese erhöhte Spannung, die hier auf den Bizeps drauf einwirkt und auf den Trizeps auf der Rückseite, macht im Unterarm eine sogenannte schlechte Rotation, sprich der Unterarm dreht nicht, kann nicht sauber drehen. Und in dem Moment, wo der Unterarm nicht sauber drehen kann, fängt die Bizepssehne halt hier an, bei bestimmten Bewegungen, ob man jetzt curlt, beim Bankdrücken, wo die Kraft aufgenommen wird und wieder abgegeben wird, wo die Sehne dann hier oben springt in ihrer Fuge drin, wo sie normal lang laufen sollte. Und das macht halt ständig diese Schulterbeschwerden. Man sieht immer wieder die Ausweichbewegungen, man will sie zurück fixieren, ihr kennt das alles aus dem Studio, wie jeder ankommt nach dem schweren Besatz Bankdrücken, jeder braucht Bandagen, dass die Sehnen am Ort fixiert sind, das zeigt schon, wie man vorgeht. Ihr seht überall im Kraftsport viele Bandagen, viele Haltedinger an den Gelenken, aber das muss alles nicht sein. Es ist einfach nur ein Punkt, dass die Sehne fixiert ist und dann besser in ihrem Sulkus entlang läuft. Ein ganz großer Fehler bei der Sache ist halt einfach, dass hier oftmals die falsche Übungsauswahl oder eine falsche Übungsreihenfolge der Fall ist einfach. Versteht ihr? Das ist ganz klassisch. Wenn diese Beschwerden entstehen, ist einfach oftmals die Sache, dass mit Bankdrücken gearbeitet wird oder in kleinen Winkeln gearbeitet wird, wo die Spannung in der Brust sich noch erhöht. Und diese Spannung in der Brust hier drin lässt den Ellenbogen in ihrer Position halt nicht optimal funktionieren, dass die Ellenbogendrehung oder die Rotation im Arm sauber stattfinden kann. Ihr seht hier im Hintergrund, ich bin selber Kraftsportler und habe mit 14 meinen ersten Bodybuilding-Vertrag gehabt in einem Fitnessstudio drin. Ich war Judo-Kämpfer und habe in dem Bereich halt auch immer zusätzliches Krafttraining gemacht. Seit über 40 Jahren bin ich hier dabei und ich möchte halt hier euch helfen, wie man auf diese Problematiken drauf eingehen kann. Ein großer Faktor ist allein schon mal, wie man die Übungsreihenfolge aneinandersetzt. Sind diese Beschwerden in der Schulter? Was ich immer wieder beobachte ist, dass man ganz einfache Bewegungen schon mal vom Training her machen kann. Dass man einfach sagt, Leute, fangt das Training bitte mit dem Rückentraining an und nicht mit der Brust. Auch wenn die Brust euer Schwachpunkt ist und jeder an der Brust arbeiten will oder an der Schultermuskulatur. Was einer der größten Stabilisatoren im Schulterbereich ist, ist einfach mal der Latissimus. Und den Latissimus nur in einem halben Winkel. Ihr merkt schon, wenn ihr einen ausladenden Latissimus wollt, braucht ihr auch einen richtigen Latzug, der weit nach hinten geht. Das heißt, dass die Schulterbeweglichkeit hier stark eingeschränkt ist bei vielen. Aber wenn man einfach bei klassischen Sachen, wie beim Rudern, wirklich auch im hinteren Bereich arbeitet, dass man weit oder mit kurzen Pausen hinten und eine langsame Bewegungsumkehr macht, kann man schon ganz viel rausholen, um die Schulter stabiler zu machen von ihrem Faktor. Weil die Schulter mit ihrer Stütz- oder Druckfunktion kommt zu einer Umkehrbewegung. Und diese Umkehrbewegung findet einmal unter dem größten Teil der Rotatorenmanschette, dem Musculus subscapularis statt, der hier innen entlang läuft. Und von hier unten der Serratus anterior, der Sägezahnmuskel, der hier auf der Seite ist. Und wenn das schon mal stabil ist und das kriegt man einfach mit dem Latze nach hinten oder das klassisches Rudern zum Bauch hin, Rudern vorgebeugt, hier und mit Pause hier. Ihr werdet sehen, wie schwer ihr euch tut mit euren Schultern oder mit einem starken Brustmuskel, hier hinten zu kurzer Pause zu machen und die Bewegung anzuhalten. Das ist schon mal ein Faktor, wie man reingehen kann. Man kann arbeiten mit der Straight Arm Strength, dass man erstmal lernt die Ellenbogen besser zu strecken, um einfach hier mehr Platz in die Ellenbogen zu bekommen. Oder wie ihr mich hier im Hintergrund seht, zum Beispiel, indem man einen Sandsack oder eine schwere Puppe trägt. Durch das Zusammendrücken haben wir eine Brustmuskelaktivierung, aber wir haben auch eine Bizeps- und Trizepsaktivierung. Und durch diesen Griff, wie wir diese Puppe halten und so weiter, kommt ein riesen Zug auch für unsere Bizeps sehen, die dadurch auch wieder stärker werden und nicht mehr so verletzungsanfällig oder vor allem nicht mehr verletzungsanfällig, sondern so entzündungsanfällig sein, wie ihr das im Ellenbogen oder der Schulter immer wieder spürt. Das ist so mein Vorschlag für die Sache, wie man an die Sache rangehen kommt. Ihr seht hier im Hintergrund immer wieder mit diesen Übungen, mit Tragen und so Sachen, da bin ich ein großer Fan davon, wie man das einrichten kann. Und inzwischen gibt es in jedem Fitnessstudio diese funktionellen Sachen. Und da ist die Übungsreihenfolge ein wichtiger Faktor, dass man halt einfach fangt zuerst mit dem Lat an und macht dann hinterher die Brust in dem Bereich. Dass ihr erstmal die Zugübung habt und dann die Drückübung habt. Gerade wenn ihr älter werdet, ist das ein ganz einfacher Ding, um hier schon mal ein klein bisschen den Fuß in die Tür zu kriegen, wie man effizienter trainiert. Ich habe hier noch mehr Vorschläge von Übungen, die dann kommen in dem ganzen Bereich über das ganze Sehentraining. Wenn ihr Fragen habt zur Anordnung von den Übungsreihenfolge, schreibt es unten in die Kommentare rein. Interessiert mich sehr. Ich habe da immer wieder Fragen und ich habe bis jetzt jedem Kraftsportler, den ich gehabt habe, helfen können. Ich habe hier über 200 Kilo Bankdrücker, Leute gehabt aus Highland Games und Strongman und alles drum und dran und Weltmeister im Kraftdreikampf. Ich habe damit zu tun gehabt schon x-mal und es sind oft, ganz oft immer wieder die gleichen Fehler, weil halt die Übungsreihenfolge immer nach der Priorität der schwachen Muskelgruppe im Vordergrund steht und nicht der Funktionalität. Und die Funktionalität gibt sich halt ganz oft nur, wo ist die Verletzung, wo ist mein Schwachpunkt. Jeder hat schon irgendeine Verletzung gehabt in dem Bereich und um diese Stellen muss man halt mal außen rum trainieren können oder man muss wissen, hier gehe ich an die Stelle ran und hier lasse ich die erstmal weg und da kommt man schon mal ganz viel weiter, weil man hier ganz viel mit Druck und Zugübungen, mit einem Pull oder Push Day, wie man das abwechseln kann und wie lange man auch die Pausen macht von dem Training ist wichtig. Das will ich ja alles erklären in dem Bereich, weil ich halt damit immer wieder in der Praxis viel zu tun habe und am eigenen Training auch immer spüre, da kann es haken und da kann es auch in den nächsten Tagen. Okay? Lasst ein Abo da, einen Daumen hoch, schreibt in die Kommentare rein, bitte. Das hilft ungemein bei der Sache, dass ich hier weiter Content machen kann. Okay? Okay. Okay.